Holistik-Pulsing ist eine ganzheitliche Entspannungsmethode, die Körper, Geist und Seele anregt, wieder in Einklang zu gehen und den heilsamen, pulsierenden Grundrhythmus des Lebens zu spüren. Sanfte Bewegungen und spezielle Griffe bringen den Körper in Schwingung. Auf diese Weise wird jede Zelle des Körpers eingeladen, zu schwingen, loszulassen, in Wohlbefinden, Lebensfreude und Vitalität einzutauchen, damit sich die Selbstheilungskräfte bestmöglich entfalten können. Die energetische Anwendung wird in bekleidetem Zustand und je nach Wunsch in Rücken, Bauch oder Seitenlage durchgeführt. Geeignet ist sie für klein und groß, jung und alt. Die wohltuende Kraft unterstützt in vielen Lebenssituationen. Holistik-Pulsing spricht die Ressourcen der Selbstheilung in uns an. Besuchen Sie uns auf www.holistik-pulsing-austria.eu Kontakt Technium bräuble. gegen schwingen Stamambräuble. Be陽alduss mit 50% 상 deposiert das Zelle des Körpers nicht sacred.